Hallo, jetzt habt ihr mich erwischt. Nein, nicht beim Rauchen, keine Angst. Das hier sind Kalkunknizigaretten. Ich wusste gar nicht, dass man die überhaupt noch kriegen kann. Die werden immer noch vertrieben, zusammen mit Schachteln, die genauso aussehen wie Zigarettenschachteln, machen sogar Qualm und suggerieren, dass Rauchen cool ist. Nein, ist es nicht. Wir unterstützen das auf gar keinen Fall. Wir reden nicht nur, wir tun etwas. Und zwar folgendes. Unterstützt bitte unsere Petition, dass diese Kalkunknizigaretten nicht mehr erhältlich sind. Diese Hemmschwelle für Kinder, dass das cool ist, dass es hip ist, dass es mit dazugehört, finden wir nicht okay. Deswegen folgendes Angebot. Komme zu uns in unsere Karate-Schule und gebe uns deine Unterschrift auf unsere Petition, dass das nicht mehr okay ist. Als kleines Dankeschön bekommst du von uns ein Probetraining gratis und bei einer Anmeldung direkt sogar noch 100 Euro Ersparnis. Wir zeigen Verantwortung. Wir wollen etwas ändern. Gemeinsam sind wir stark. Komme auch du und wir schaffen das. Bis dann. Bis dann. T���on.